Hallo und herzlich Willkommen hier auf Lirelda.de. In diesem Video beschäftigen wir uns mit einer Übung zur Stochastik. Und zwar wird gefragt, wir haben ein Experiment und zwar haben wir zwei Würfel, wir werfen die gleichzeitig und bilden die Differenz der Beinahmung des Summen. Also wir nehmen den größeren Betrag, der angezeigt wird und ziehen den Kleineinander vorab. Würfel ich zum Beispiel 4 und 5 für die Differenz 1. Jetzt ist da die Frage gestellt gewesen, bitte gib eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für diese Zufallsvariable x, die Differenz der Augenssumme an. Damit man davor gehen kann, könnte man jetzt ein Baumdiagramm zeigen. Das Baumdiagramm hätte 6 Äschte, dann nochmal 6 Äschte. Wir würden also auf 36 Äschte kommen insgesamt. Das wird ein bisschen arg groß und man wird recht schnell merken, jeder Asch hat die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Das heißt, jeder komplette Asch durch nach der Produktregel oder der Pfadmultiplikationsregel kommt dann auf ein 36 Stück. Ich müsste für jedes Ergebnis das Einzel durchgehen. Ich hätte immer die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Dann kann ich das auch gleich ein bisschen schöner aufschreiben. und ich mache mir ein paar Babelle für alle Ereignisse. Dann kann ich mit dem ersten Würfel einfach eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6 würfeln. Und mit dem zweiten Würfel wird es genau das gleiche 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wenn ich mir jetzt diese Tabelle hier anschaue, dann erkenne ich schon, dass man dann, wenn ich eine Tasche habe, die Differenz natürlich 0 ist und ich kann somit direkt hier die Diagonale mit den 0 ausfüllen. Weil dann würfel ich zwei Sechser, also mit dem einen Würfel in der 6 und mit dem anderen Würfel in der 6, die Differenz 0. Würfel ich mit dem einen eine 1 und mit dem anderen eine 2, dann wird die Differenz 1. Bei 2 und 3 dasselbe. Ihr seht schon, immer diese Diagonalen haben die gleichen Einträge. Hier drüben, 1 und 3 gibt 2, 2 und 4, 2, 3 und 5, 2, 4 und 6, auch 2. Und so geht es jetzt weiter. 1 und 4, 3, 1 und 5, 4 und 1 und 6, 5. Schauen wir uns das umgekehrt an. Naja, das muss jetzt genau symmetrisch sein, weil ob ich mit dem einen Würfel in der 1 würfel und mit dem anderen die 2, oder ob das umgekehrt ist, das kommt auf die gleiche Differenz raus. Immer noch 1. Wir haben hier ja nicht negative Zahlen im Spiel, sondern nur die Beträge. Also wird auch hier das genau symmetrisch ausgefüllt. Wir haben also alle Möglichkeiten hier in unserer Tabelle und müssen wir es nur noch ablesen. Wir wissen, jedes Ergebnis hier hat die Wahrscheinlichkeit 1,36. Wir zählen also zum Beispiel durch. Wie viele Nomen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 1,36 ergibt 6. 36 Stunden. Also P von x gleich 0. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Differenz beim Werfen mit zwei Würfeln bei den Augen zum genau 0 ist, sind eben genau diese 6, 36 oder 1,6. Das Ganze kann ich jetzt für alle so durchgehen und auch schreiben. Aber ich kann auch direkt einfach eine Tabelle erstellen, um mir ein bisschen Schreibaufwand zu sparen. In der Tabelle notiere ich mir dann den Wert k der Zufallsvariable und in der zweiten Zeile P von x gleich k. Also zum Beispiel für 0 wäre das genau das da oben, die 6, 36 oder gekürzt 1 Sechstel. Für 1 zählt man durch, kommt auf 10 Sechstunddreißigstel, also 5 Achtzehntel. Das ganze Spielchen macht man weiter. Man nimmt das für 2, 1, 2, 3, 4, hier unten nochmal 4, macht 8 Sechstunddreißigstel oder kürzt 2 Neunten. Bei der 3 sind es noch 6 Sechstunddreißigstel oder 1 Sechstel und so weiter. Bei 4 sind es noch 4 Sechstunddreißigstel, also 1 Neunten. Und bei 5 haben wir nur noch diese beiden Fälle, also 1 Achtzehntel. Wenn man sich so eine schöne Tabelle aufgeschrieben hat oder auch diese Einzelfälle durchgegangen ist, dann sollte man am Schluss nur überprüfen, habe ich alles richtig gemacht, denn die Wahrscheinlichkeit von allen aufordiert muss 1 ergeben. Denn irgendeines dieser Ereignisse, 0 bis 5 als Differenz, muss kommen. Wir können nicht eine 0 würfeln oder eine 7 würfeln. Also das kleinste mögliche Zahl ist immer die 1, die größtmögliche die 6. Das heißt, wir kommen nicht auf andere Werte als Zahlen von 0 bis 5. Das heißt, das hier zusammen muss 1 geben. Müssen wir alles zusammen addieren und dann gibt es hier das Zeichen für Summe. Ein richtig großes Sigma. Wir müssen das einfach aufaddieren. Nun, dann müssen wir wieder gemeinsam Männer bilden. Der ist natürlich in dem Fall 36. Und dann können wir uns das noch überlegen, was das alles war. Wir haben hier 6, 36 plus 10, da waren es 8, plus 6, plus 4, plus 2, gibt 36. 36, 36, 36, kürzt sich zu 1 und auch die Kontrollsumme hat funktioniert. Ihr seht also, unsere Rechnerei hier vorne war in Ordnung. Nun, schaut mal wieder auf www.lurella.de vorbei und bleibt uns gewogen. Auf jeden Fall rein! Rästina сер einem Geil ... Fertigen hier oben! Vielen Dank.